Stani und ich betteln an der Torwand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeder hat einen Schuss. Einen unten rechts, einen oben links. Ich würde sagen, du fängst an, du bist der Gastgeber. Ich bin gespannt. So, oben links geht's los. Oben links? Ja, verwarzen. Ich mag das mit Außerriss, aber auch wie Franz. Und? Nee, tut mir leid, der war nicht drin. Reingeguckt. So, ich weiß, hab schon einmal probiert, wenn ich rechts unten anpeile, geht der links unten rein. Ja, rechts. So, Holger. Doch, steht's 0-0, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Mitarbeiter lachen über dich, aber ist nicht so schlimm. So, rechts unten, rechts unten. Der war drin. Das gibt's doch gar nicht. Ist er. Holger, Stanislawski. Und der Druck ist am stärksten. Ich glaube ja, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich hab's nicht geschaffen. Der Fett hat nun 1-0, aber ich finde, ich hab das wahnsinnig gut gemacht. Oder? Du warst mit Abstand der beste Gegner, den ich je hatte. Jani bei Talk.Dot. Super, danke. So, jetzt dürfen die Kiddies rein. Sehr schön.